Willkommen zurück zu Super Mario Party die Aufgabe geht aus den Brunnen spritzen mit einer Wassertankfüllung kannst du fünfmal spritzen, schüttle den Joy-Con um den Tank aufzufüllen bewegen, spritzen Ok, jetzt kann ich dir die Demo auch mal Ich konnte ihn nicht spielen, aber schon ok alles bereit ist sofort von der Plattform geschossen worden in der ersten Sekunde Hör Ja, war ein GG Ja Steht das Sport, steht schon bisschen lang Wenn du einmal anfängst zu pumpen, kannst du dich auch nicht wegbewegen Ja, das ist wenn die, glaub ich nicht so voll ist, dann lädre schneller auf Sag ich glaub ich nur zwei mal oder drei mal geschafft und dann aufgeladen das scheint Sinn dahinter zu sein, hoffentlich Ich hoffe das ist das Messe von dem Minispiel ist Ja, und wer hängt weiter, alle Hitterluigi fest Ja gut, der ist halt mit Sternenvorsprung Montimo, wir sind so gut Das ist halt nicht in sofort einsetzen Cool, warum probiert es nicht gleich mal aus Warum, erzählt ihr das schon wieder? Keine Ahnung Wir wissen, ob wir alles funktionieren Spielbrett 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 oder 9 Hm Hm Gabst du nicht die Plus 3 riskieren? Hm Hm Fahre als ob man was tatsächlich, äh... Unwahrscheinlich 5 oder 6 Würfels Ich werde halt danach... nicht wahrscheinlicher als es jetzt ist Nope! Du darf stehen bleiben Aber ich krieg meine Münze Ja Flutter war das ein Angebot 3 Fälle weiter bewegen Hm Na, dann gib mir mein Goldpilz Goldener Turbo Pils Ja, und 3 weitere Münzen Grüne Fälle am Start zu erwischen, auch nicht einfach Was schon wieder ein Block? Wow Die verstecken Blöcke sind hier verdammt häufig Leider sind keine Sterne dabei 4 Münzen Ja, nicht viel Ich beschwärm mich nicht Ich glaub man kann was Grüne Fälle noch gar nicht haben am Start, ne? Ja doch, wenn du am Start landes und dann, äh... Null Würfelst Na gut Das ist dann aber auch wirklich schon ne Kunst Aber manche Charaktere sind da spezialisiert drin Ja Ja, wieder ganz schön heiß heute Klar, er ist erster Krieg die Goldrohre zu kaufen Ich würd sagen, warum krieg ich nen Scheiß Goldpilz das bestes Item und der erste Plattierte kriegt ne Goldrohre What? Ach, das ist irgendwie sehr unfair Was wenn jetzt, äh, da wär doch so ein Waffen, ist genau das Richtige Vielleicht war das der Spezialshop, der uns erklärt wurde vielleicht immer so gute Items da Kann natürlich sein Hm Hm Wer weiß Welche Baute gehen wir so jeden Fall erstmal Auf Tour Auf Tour Er versucht auf die andere Seite zu kommen Auch er braucht einen 8 oder einen 9 und kriegt plus 5 Nope Das würd's nicht sagen Ne Dann kriegt ihr wieder ein Items? Hm Könnt ihr aber wirklich da mit dem Shop zusammenhängen, was du da kriegst? Ne Er hat genau die gleiche Auswahl, die ich gekriegt hab Arschloch Ja, krieg ich wieder ein Item Und die Richter ist noch so ein Goldpilz Nein Kann man nicht genug von einem Schätzchen Offensichtlich Das ist ein Zug Jetzt schauen wir erstmal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und elf Okay Okay Einstern Okay Mit 3 und vier können ich da Halbwegs gut draufladen Wenn ich für 90 Würfel Schau mal Eins und zwei Münzen Minispiel Also zwei Münzen Ganz langsam machen Schau mal Mal Gott sich ein Minispiel für mich kennen Wahnsinn wie gewonnen So zerrommen Ein Münzen-Mini-Spiel Naja Okay Die meisten Münzene heißen Wenn du die Ex-Poson als Bob-Aum auslöst, verlierst du alle Münzen Okay Ich hab' jetzt nur Bob-Aum getroffen Das, das ist ja Das Das Anti-Gier-Mini-Spiel Sieht für mich sehr gut aus, das Mini-Spiel Bis jetzt nur Bob-Aum getroffen Okay 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 Ende Mal 15 18 Ich hab' erst mal 5 getroffen, danach hab' ich nur noch 1 oder 2 gewischt Aber Immerhin Naja, einmal die 5 Das ist das Wichtige 18 15 15 Immerhin kein Bob-Aum bewischt Wär' ich auch nicht Letzte Runde Bob-Aum Ja, das kann dir passieren Ja Mountie Maulwurf ist am Zugang 2, 3, 4, 5, 6 Bleiben wir dabei, schätze ich Ha Ich darf wieder rüber Zack 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 nicht mehr gestern bis jetzt bisher also der Eichhörer sowas von der Tasche wird kein Nächster Problem ist dass er nicht verdammte Goldröwein, die er wahrscheinlich benutzen wird er freut sich auch soviel dann zu auf die andere Seite gehen jetzt bin ich schon relativ happy darüber dass ich noch hier bin gegebenenfalls wird das noch sinnvoll hier zu sein Dreht mal den Luigi-Würfen weil er überhaupt nur noch eins ja und mit eins kommen wir direkt wieder auf die andere Seite rüber ne, das geht nicht ich hab auch nicht gewartet also nimmst du den Sternstern? ja, hey, cool, ja, Luigi, mehr Sterne Donnerwetter er hat in der Zeit einen Lauf genau das was wir brauchen mehr Sterne auf Luigi ja gibt's irgendwo einen Lakitu? ich hab noch keine, äh Wolken-Dinger hier irgendwo gesehen weder für, äh Paratroopers noch für irgendwas anderes Luigi ist immer noch in Führung ja, Zeit für den nächsten Stern, wo ist er jetzt? komm, schau, ich geh nach rechts NEIN! Ernsthaft er landet direkt vor Baby Bowser wahrscheinlich ne, er landet direkt hinter Baby Bowser ja, ist aber immer noch sehr nah dran ja seriously ja, er hat zuerst kommen, als er hat bla 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 aufzureden dann kriegt er noch ein Item der braucht dringend noch eins der braucht dringend mehr Items hier nicht einsetzt ja, aus der Goldröhre natürlich ja gut Boxer Junior ist am Zug na, wenn du Glück hast, kriegst du jetzt, äh der Stern doch wieder auf die andere Seite ja warum nimmt er nicht den Goldpilz? Alex warum fragst du sowas? haha weil er offensichtlich nicht gebraucht hat, siehste doch warum? weil er versteht, er blockt noch einer seriously, wie viele sind denn auf diesem Feld? zu viele kippt den Stern nee aber plus 5 Münzen vielleicht jedes Mal, wenn man einen einzelnen Spot, ein neuer? keine Ahnung äh eins, zwei, drei ach, ich boah Können sie es schaffen fünf nee, nicht mit dem, nicht mit dem, nicht mit dem zu spät nee nee okay, fünf oder sechs wow Chance 1 zu 3 ich hab immer schlechte Würfe bis jetzt gehabt yes endlich muss da irgendwann mal funktionieren, außerdem kann sie ja, der hat immer ja, okay dieses Jahr an goldenen Etems Jesus warum soll es mal keine Goldruhe kaufen, ne? ja das war eine ja, 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 ich weiß wie das Etem funktioniert, steht in der Beschreibung dran, Tor das ist ja mega mies das heißt, wenn du richtig viele Münzen hast, kannst du einfach da in diesem kleinen Kreis drin bleiben und ganz viele von diesen Goldröhren erstmal kaufen okay, so, okay das sieht gefährlich aus, aber du bist nicht eingebrochen naja und wenn du sagen musst, kannst du denn noch ein Etem besorgen jo, geh mal her goldener Turbo Pils yes, yes ja sie hat immer noch auf uns gewartet ja, ich nehm gerne diesen Sternstern ja, ich nehm gerne diesen Sternstern spitzig ist dein Sternstern das haben wir tatsächlich gebraucht, mehr Stern auf Daisy tch, nicht wirklich hoh, Luigi füller aber immer noch ja block ein Stern auf Daisy oh yeah oh yeah oh yeah ich frage es, ob einer der Menschenspieler gewinnen muss, damit wir das Brett am Ende abgeschlossen haben das ist ja ne gute Frage gut, er ist Zeit den nächsten Stern zu setzen das ist bestimmt ja genau da oben auf der Melode das ist so aktuell irgendwie, was einfällt mir ja dran oder zwei als Luigi da hab ich zumindest ne Chance hinzukommen, ich hab ja nur nen Pilz dabei naja hier, na, wer will einen schönen ganzen Sternstern haben na, gut, er hat auch nen Pilz dabei das Problem ist nur, dass du ne blöde Goldröse hast naja das ist richtig ich werde wahrscheinlich nicht in einer von einer Runde da hinkommen 1 gegen 3, oh mein Gott warum muss ich immer mit der Blöden KI spielen? Bombiges Tennis Match so, was ist ein anderes Spiel? scheinbar äh, aufgereihtes Spielbomben auf Kletterer schlagen das Heiligen Team gewinnt, wenn auch nur ein einziges Mitglied im Netz übrig bleibt ok ok, ich muss also zum einen zielen und zum anderen muss ich darauf warten, dass Spike mir Bomben rüberschmeißt sonst kann ich den nur im Rhythmus schmeißen ja ok aber da fahren die auch nen ordentlichen Sprengradius also ich glaub das ist nicht so schwierig stau mal ich kann nicht schneller klettern, als du mit diesem Ding anvisieren kannst also Richtung ändern ist damit auch nicht gerade einfach ja, das ist ein sehr starkes Einspiel in dem Spiel, ja das ist ähm gewonnen ich darf keinen High-Fiven ich alleine gespielt hab schnüff irgendwie so komisch, dass die Verlierer alle zwei Münzen kriegen ja, das ist aber ja, ich weiß, dass das in diesem Spiel so funktioniert, das ist trotzdem irgendwie weird ich find das macht es aber auch besser so naja, ist es auch du hast im früheren Teil immer das Problem gehabt, dass die Leute, die besser in den Minispielen waren, halt die an alle Münzen hatten komplett gecrushed haben, weil die nichts bekommen haben ja ähm ja du bist 12 entfernt ja bringt ja nichts du kriegst das Ding ja eh du bist 12 entfernt also das kann ich dir sagen kriegen wir denn hier äh ok, ist ein Buddy ich kann mein Buddy ich kann mein Buddy ich kann mein Buddy ich kann mein Buddy ich weiß, dass du glaub ich ein Ereignis das ist wahrscheinlich Brücke kaputt machen vermutlich ach, gib mir halt ein Buddy die Verbündetenfels naja, das ist in uns immer noch vier, die wir nicht freigeschaltet haben Was heißt denn Rosalina oh ist auch gut ja, ein guter Würfel hier ist ein Paar mit einem guten Würfel, der zusätzlich jede Runde für den Würfel jöy weil wir zusammenarbeiten werden wir den Sieg davontragen ey, du hast einen Rosalina Würfel jöy zwei, drei, vier, acht jo Fluch von Good-Scherl wieder ist jetzt erst mal im Zug wer jetzt erst mal würfelt und 3 items haben keins benutzt warum soll er auch nicht wie sie ist ein freundophon warum soll der freundophon noch einsetzen ja ernsthaft als beschädigen blöcke ist ja krank einer auf jeden feld oder was das soll er freut sich eine Fresse so viele Münzen naja schon hart kannst du übertreiben der macht erstmal ein Goldie ok schroom 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 bars ok ok damit landet er genau auf der Röhre zau zau na kaufst er nochmal für noch mehr er mag wirklich diese Goldpilze in diesem einen Laden ist der dritte den da gekauft er glaube ich er läuft da nur im Kreis und benutzt Goldpilze das ist sein Lebensinhalt ja aber jetzt ist es auf der anderen Seite jetzt kann ich mit dem Kreis laufen ja er kann auch da im Kreis laufen aber ich freue mich wenn wir gleich rüber teleportieren und wir alle auf der Seite sind alright los items ja ich muss benutzen ich wollte eigentlich nur ne Runde warten aber da Babybosser jetzt drüben ist der neun auf den Würfel hat und Goldpilze hat keiner da dran ja an den Stern von deinem muss ich ihn jetzt einsetzen ja an den Stern von deinem muss ich ihn jetzt einsetzen äh ich will nicht das Pechfeld haben also nehmen wir mal den normalen Würfel ansonsten hab ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit über das Pechfeld mhm ist richtig ja ja ich bin direkt wieder rüben ach wie scheiße endlich kommt hier ein Ding des Sexstands vorbei endlich ich stehe hier schon eine ganze Runde ja das heißt du kommst jetzt wieder auf die Ananasinsel wo du direkt die nächste scheiß Goldpilze kaufen kannst in der Tat das ist ziemlich mies Sterne halten das ist der genau derselbe Typ der auch das letzte Smash Spiel bei Nautzer gemacht hat der klingt so keine Ahnung der klingt ähnlicher Daisy will das wissen da steht eine Münze hinter Flutzer-Lutzer Zeit für den nächsten Sternstern geht dahin sieht nach der Linken nun so aus wo wir gerade alle sind naja ja der wird wohl äh entweder du würfelst hoch und dann win-jee kriegten vermutlich na der wird zuerst komm mal zuerst also nicht hören hab ich noch einen Pilz ja das ist ein Goldpilz dann versuchen wir gleich noch mal Glück wahrscheinlich hat es recht hoch aus dem Krieg so jetzt kommt jetzt mal ein Minispiel Minigames oh und es ist natürlich natürlich ein Wiespielen weil auch nur drei Leute grün also random heißt halt blau verflixte Fuzzies yes die Fuzzies ok was machen die verflixten Fuzzies im Weg sein äh bei der dritten Kollision mit einem Fuzzy scheidest du aus oh Gott Bewegungssteuerung warum muss es Bewegungssteuerung sein warum kann ich nicht den verdammten Control Stick benutzen dafür das wäre zu einfach oh ok ich hab's verstanden hier hab's auch verstanden oh man kann auch nach oben und unten ok jetzt hab ich noch mehr verstanden es wäre übel geworden wenn ich das nicht noch gesehen hätte ok ich bin das gelbe Flugzeug das ist das Relevante hier ich bin gelb oh Gott Alter ich hab den sowas von nach oben gezogen ich fühl mich betrogen oh Gott oh ernsthaft beide erster geworden ha ok ok können wir im Fall High Five machen für Zusatzwünschen nein ist auch fies ja wir kriegen beide die plus 8 aber ich bin 1 HP mehr als du ins Ziel gekommen das ist unfair aber du wärst der scheiß Fuzziesie erschienen auf meiner Seite zu sein statt auf deiner sag mir nicht dass du dir voraus gesehen hast nö hab ich auch nicht kann man ja auch nicht die Tür war zu ich kann nicht durch die Türen gucken ja Gott dammit hör auf mit den Tutorials große Leinwürfel verwenden um das war überhaupt die Türen ist ich hab noch mal ein Goldie mit mir mit mir und die Götter du hast eine 7 ja sie würde eine 1 oder eine 2 dazu geben also wenn du es schaffst eine 1 zu würfeln hast du den Stern ich lass mal das ich würde es nicht auch für das Risiko gehen und zu kriegen an der Stelle ach gut hast du soeben gekriegt bling bling sag mir erst mal ein Geschenk auswählen wähle ein Geschenk aus hier kommt man zu leicht dran da ist garantiert kein Stern drin wahrscheinlich item oder so ja oh Gott bitte nicht ok jetzt nur minus 2 dann ich dachte jetzt das Ding bringt mich zum Start oder so ein Scheiß ich hab hiermit wegen des Sternsterns vorbei also nimmst den Sternstern ja ja das ist ein Sternstern ja da freuen wir uns alle ja auch mal naaa buh gibt's keine Buh-Mechanik mehr buh nicht dass du nicht ewig weit vorne bist wenn man bedenkt dass er gleich die Scheiß Gold kriegt Monty Malwurf willst wissen wahrscheinlich konnte der Städte auf deine Seite rüber wenn man jetzt zweimal oben war nein oh ne halt geht auch wieder nach oben rechts bleib erstmal noch hier jetzt die Frage hast du hoch genug gewürfelt dass du äh nicht auf die Pipes kommst bestimmt einbrechen hier wer ist wohl als erstes die Herrschaft wahrscheinlich der mit der Goldpipe ne du brichst nicht ein dann versuchen wir mal mein Glück aber einer von denen kann mich immer noch hier wahrscheinlich runterjagen indem die auf den Ereignisfeld landen ja 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 ich hatte nicht so sehr Prozent der Torte und mit dem Telefon er wird auf jeden Fall okay das gut ja ja ich will auf jeden Fall ein Einwürfeln bis nächste Runde okay ein besonderes Eignis was noch ist das redet mit dem Sputern das ist wahrscheinlich zum zweiten Mal was ne was für ein Nutzer sein ist das Problem ist dass er in der Runde garantiert an den Stern kommen wird weil er noch einen Goldpilz hat Glücksfeld mal versuchen wir mal Glücksfeld drauf zu kommen ne ich will kein Turbopilz sein das hätte in Kombination keinen Sinn gemacht ne nicht so richtig hier ey Glücksfeld Garnet Garnet Kaufsache Bases ist nicht nervig oder so das ist ein Goldener Turbopilz ne 5 mal oder 5 mal ne sind doch noch besser als auf einem normalen blauen Felsen landen ja diese Glücksfelsen irgendwie nicht so geil ne davon gibt es zu viele und ist leicht erreichbar 3 gegen 1 gegen die KI Wahnsinn wir sind mit einem 3 gegen 1 zusammen in einem Team ist glaube ich noch nicht passiert ne ich glaube auch nicht aber ein packendes Duell liegt vor uns ja was wird in dem packenden Duell gegen Luigi passieren einfach zum nächsten Mal ach das ist Amazon gegen Paketdienst bis dahin see ya Aloha